Nein! Schaade! Oh fuck! LOL! Und die Diana wollte nicht... LOL! Fuck! Ich bin gefirkt! Was los? Ja, die Diana wollte sich nicht countern lassen und hat dann entschieden sich in den Jungle zu gehen. Das heißt, ich hab jetzt einen Wukong oder eine Riven-Mitte. Oh fuck! Das ist eventuell nicht gut. Ich komm gleich in die Mitte, ich will nochmal kurz zu Lenya. Ich will nur kurz einmal Pflanzen setzen. Wukong und Riven, hm. Sehr gut. Wukong und Riven. Sag mal! Nein! Mega Olds draußen. That's not good for me now. Ähm, wir haben keinen Jungler. Das fällt mir erst jetzt auf. Ja. Ach, Klaus und Flash. No Jungler? Das ist ja ein ganzes Fade davon. Das ist ja ein ganzes Fade davon. Was ist da? Zprintln. Ja. Absolute Bullshit. Es ist ja alles. Kein Wunder fällt der so schnell um. Das ist ja alles. Ein bisschen was ist ja alles. Das ist so schön. Ich fühle mich voll heilen hier. Das ist so schön. Ja. Für GREAT TORMENT. Erfahrung. Wo kann... Wo kann jetzt die Karte doppeln, denn? Minions hat spawned. Wollt ihr anklangt? Ah. Wollt wir wieder Mordeklang probieren, ne? Hast du doch so Pro gemacht. Das sind absolut null Abilities mit denen du irgendwas ausrichten kannst. Zum Thema... Denk nicht. Ich denke nicht. Kein Slow, kein einfaches Nisch. Das ist halt wie Silvana. Okay. Das war's, Gigi. Hab ich tatsächlich schon versucht mit dem eigenen hohen Fleisch und die gehen mal, dass ihr alle gemacht habt. Man kann nicht aus dem 5. ein Ding aus rausfallen, oder? Ja. Man kann nicht aus Gold 5 an Wandel abfallen, oder? Nö, nö. Das ist ja gut. Da kann ich jetzt auch zu verlieren, wie ich möchte. Wenn ihr unser zu verlieren könnt. So muss ich einen kleineren Enchantor haben. Waaah! Wie ich Ulti! Warum Ulti? Warum Ulti? Frau mich! Danke! Ja. Leute. Ja! Aber ich habe das mein Problem. Ich bin nach 3 Jahren zu verlieren. Und ich bin nach 3 Jahren zu verlieren. Sie sind nach 3 Jahren zu verlieren. Und er wird. Das war es. Die 1. Ich bin seit 3 Jahren zu verlieren. Die Börse hat den Kuob bekommen wahrscheinlich. Ja ich hab den Kuob bekommen! Oh, zwölf hier so viel, glaube ich. Du und hell! Das wird doch irgendwann... Irgendwann... Äh, ne, Hose und hell. Ne, Hose und hell. Du, aber nicht mehr. Hose und hell. Lanna ist auch nur online und spielt keine Spiele mehr, ne? Lanna ist auch nur online und spielt keine Spiele mehr, ne? Ja, aber sie spielt keine Spiele. Die ganze sind schon seit dem letzten Mal, so gespielt haben, letzte Woche, das hat er letztes Spiel gespielt, das hat es nicht gespielt. Lanna ist mir das noch. Ich hab keine Ahnung. Das ist die Ändergrafie. Ändergrafie nicht. Äh, irgendjemand meint, jemand, er hat die ohne mich nicht spielen, das ist total doof, irgendwie, weil... Was? Wir nicht sind falsch, die beiden. Aber, äh, ja, sonst keine Angel Tatschel macht, oder was? Genau, und wo man von diesem... Ich weiß, dass das ganze Ende ist, es tut für Chico und der Masse der Tote. Ich merke, dass sie wahrscheinlich als ersten Ländermälder angreifen, die die absolut sehr stören. Aber ansonsten ist es echt... Das ist echt... Wobei, wenn wir genug Schneeholens machen werden, äh, ändern wir den Fortschritte wegwenden, was man sieht. Wenn wir genug Schneeholens so irgendwo einwerfen, sind wir sicher vor Änderungen. Wenn wir das Ende der Rache verbreiten, ich krieg da einfach die Würde. Ja, aber, man hat vorhin ne Menge Schaden gemacht. Also, ich bin dafür, dass wir in der Ende gehen und dann zwei, drei Güter reinkälschen. Dann hat er ja ganz viele Kohle im Raum. Ich glaube, hier ist ein tolles Bild. Das haben wir eigentlich bisher so in... ... ... ... ... überhaupt Prozent der Erlösung der Erlösung der Erlösung ich habe jetzt aber noch nicht weiter du bist Morde! Ich hab gegen Riven überhaupt keine Stütte! Überhaupt nicht! Ich übergele halt wie viele Witter gibt uns nicht! Leul, die Riven ist aber auch derbe Agro gegen mich! Ja, muss es sein! Ja, geht's auch! Der ist so, der ist so, der ist so, der ist so! Ich bin jedes Mal schleifend, wie wir den sind! Oh, das ist doch so viel! Also, ich guck einmal nach rechts und ich sehe schon die Säulen unter dem Nerven! Guck mal, das ist echt mal! Ja, jetzt drehen wir gerade aus! Was steht in dem Lava? Wie? Noch ein Stück nach rechts! Das ist wirklich direkt hier, ja? Mal schluss! Mal schluss! Ich hab's nur! Ich mach' mal schluss, Junge! Ich hab's nicht gelassen! Ich hab's nicht gelassen! Mal schluss, das hättest du nur in deinem Team reingen! Auf dem Dombie-Pigmin zu stehen! Ich bin da zwischendurch! Oh Gott! Und deine Chavin! Was denn das sagt? Aber f***! HALTER! 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 Das ist toll, dass die ganze Zeit gut geworden ist. Hm, wird dann wohl das letzte Game sein. Okay. HALTER! Ja, ey. Hm. Der Runen ändern! Yes, Mordekaiser! Give me Mordekaiser, yes! Was? Ja. Angeblich ist Syra Mordekaiser kaum. Ich hab ewig nicht mehr gegen Mordekaiser gespielt. Okay. Wer ist ein Mordekaiser? Kanter? Syra! Ja, aber keiner spielt Mordekaiser. Ja, der hat gerade Morde gegen Syra gepickt. Wollen wir das jetzt mal hin? Solange es jetzt nicht drunter Mitte ist. Wollen wir das mal hin? Wollen wir das mal hin? Wollen wir das mal hin? Wegen! Okay, wir sind nicht negativ. Also, das ist sehr praktisch wie diese wym... ...weBB! Die haben keinen Primaid-team. Die dann sind participation. Aberே verheirar- ...워요! Einapparant Hund! Oder ist das? Ehhhhh... Was ist das denn hier? Weil die Dofer einfach sich durchzugraben... Ah, du gehst ja gar nicht mehr. Wir werden auch immer gerne mitnehmen. Ausweichen ist nicht okay. Äh, innenforschen ist das. Ja, das machen wir ja dann anhand mal. Das gehen! Nein! Ich hoffe, wir gewinnen das, auch wenn ich so kratzen und schlecht bin. Wieso? Es steht 9-3. Es steht 9-3, ich hab 0-3. Ihr hattet keinen Jungler, richtig? Doch, haben wir, aber keins mal. Aber unbedingt nein. Nee, Barriere. Der konnte nicht mehr tauschen. Konnte irgendwie nicht mehr umändern, aber ist auch okay. Janna mit Barriere ist auch nice. Ja, Rigger, du gehst ne Wand hoch. Wo wirfst du hoch? Du hast da raus wie ne Wand und nicht so wie ein Gang. Ja, das war doch auch gar nicht. Außer ich hab da raus... Wo ist das? Ich bin da noch nie gegangen, was ich bin dabei? Das ist nicht so, was ich bin dabei! Ich bin da. Ich bin ein Verwichter. Ich bin ein Verwichter. Das war noch für mich, oder? Die Enderhobben. da desolation bei post Ich denke, wir haben einen Boss-Ball. äh, die, 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 die andere gut 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 okay, danke gut mein Cousin ist doof, weil äh, du Q jetzt mit einem Typ ist der Smurf, also der ist normalerweise Platin 5 und spielt jetzt mit ihm auf Silber Elo rum und gewinnt dann alles so, und macht zwei Dreckchen noch äh hat er vorher schon gemacht, deswegen ist er überhaupt glaube ich Silber 1 geworden vielleicht erst mal ein enemy has enslaved gewinnen wir das ernsthaft, gewinne ich jetzt ernsthaften Morde ob ich so schlecht bin ob ich wirklich so schlecht bin okay ich hab den Gang runter die 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 oh god, du wolltest mal ein paar Wunder-Skelete sehen? Wohin? Schuss? Das ist das Skelete, oder das Skelete? Dann kann ich gleich an Rape, Rape Das liebe ich Ja, Riven überschätzt sie so dermaßen, dass sie einfach mal unbedingt den Killer haben will, und dann sind wir drei gegen sie, und dann kriegt sie den Killer nicht in den Stirn Den läden können auch ohne es vormackt und nur auf dem Frieden Das ist das Das ist das Das ist das Der Kitarren kommt wahrscheinlich nach oben Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, die ja dann können könnten können L die Reise habe ich einen Kurs Ich weiß, wo ich die Kuhnähne habe. Ich bin abgelettet worden. Ich habe nur einen Blaze und einen Magma Q. Ein großer Magma Q. Ist das richtig, was du? Ist das richtig, was du? Oh, ich habe du nie gesehen, wie ich selbst für dich war. Ich habe jetzt einen Hammer gedrückt. Oh. Das ist denn which- Der Zona ist zu können. Nämlich! Der Zona hat mich gerade gerabed. Zona hat mich gerade gerabed. die 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 weil ich werde langsam besser und er doch sagen und der vorliegten gehen da wo sie vorhin auf waren hier wieso komme ich jetzt auf santa maria hat irgendwer von euch eben santa maria gesungen wo es ist m in der Nähe vom Dom aber er hat vorliegen wir werden in der Der ist auch wie Pigman. Er hat einen vertaubertes Schwert. Wir sind noch erwischt! Egal, wenn wir jetzt hier schon fallen. Slow-OP Da haben wir was, was ich gesucht habe. Ich werde den zweiten Bogen in V1 gehen. Er da wurde, oder? Ich... 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 Wer ist so ner Damage? Leul, jetzt 80 AP... Was hat die für Runen?! Die muss alleine... Fünfund... 50 AP durch Runen haben. Ich werde nicht mehr weglegen. Ich werde nicht mehr weglegen. Der kann nicht mehr weglegen. Der kann nicht mehr weglegen. Was läuft's unten gegen Vayne? Und Nunu? Wow... Gut... Hitrus ist echt nicht schlecht Ja, Nunu macht... Keinen Schaden Er hat doch nur Leben und Arme und MR drinne Okay... Was hab ich vor sich ein Trinder mehr hier? Was? Ich will nicht gegen Sonnenerayne Der ist nicht so witzig zum töten Was? Schon wieder die Vayne? Ist Vayne untargeteilt wenn sie zusammen will? Weiß ich nicht Zuerst beim Laut Und dann beim Aids Die... die Sona, Alter Die Rape voll mal Ich hab ein Schild nicht mehr drauf bekommen Was? Bach Es bringt 2 Kilo Könnt ihr zu euch runterkommen? Also komm ich auch Mach der 1,3 Okay... 3,4,4,4,4,4,4,4 Also no shoes? Seid fast tot, ne? Seid tot, genau Da ist, ich bin auf dem Weg Und der 3.000 ist tot, oder? Wir haben eine AD Carry nach 25 Minuten ohne Schuhe Wo ist das? 2x2 3x3 3x3 4x4 3x3 3x3 Es gibt eine Mitte Also brauchen wir maximal 12 6 Days 3x3 3x3 4x3 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 5x3 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 6x3 um über das Brom Karpack das meinte bei der Bank der Grunde und Reckhofen am Rhein wenn das Wort er uns hat ja ich muss sagen wir die Ruhe und die Mühle über die Welt bei ein rügel plänt ich komme noch 100 gold und im blutigen die auch gerne bieten ab und ab und ab und zurück zurück Uuuuh voll lavish Einschuss Eintreffer Achso, die haben den Dragon noch nicht gemacht Los Power-3-Bow-Kreis Uuuuh Trash Wow, und ich bau Treppen Alter, Mord of Sword Farmen ist wirklich nicht einfach Hm? Mord of Sword Farmen Wie hat der SED bitte gekillt? Ja Ja Aber nicht Treppen, nicht mehr die Treppen Das muss man Aced Ja, das ist so gut Ja, das ist so gut Ja, das ist so gut Ähm... Ich hab bloß nicht her. Ich hab nur den Tross. Ich hab nur den Tross. Okay. Wo ist denn hier? Okay, also was? Sondern man will eigentlich nur splitpushen, deswegen muss man aufpassen, dass man nicht so viel splitpushen kann. Ich weiß nicht, wie man splitpushen auffällt eigentlich. Was macht man gegen Leute nicht splitpushen? Einfach weiter splitpushen. Da zündet der Drecksack Gold hin. Nop, Gigiwe played Mordor's good done. Weeeee, Gigiwe played. Victory.